Hier ist eins. Hier ist eins. Achso. Wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber wenn er sagt, das sind Larven, nehmen die auf Eier oder was? Ich hab gesagt, das sind Larven. Ja, hast du nicht gesagt, das sind Larven? Nö. Ich hab alle möglichen Sachen gemutmaßt. Das ist ja doch Licht. Ja, ja. Zusammenprojekt. Ja. Und, findest du immer noch süß? Ja, die hat das so geil. Die Köpfe sehen aus wie Schaufel. Ja. Wie genau man das sieht. Das ist vieler. Ich kann halt leider echt nicht stillhalten. Ja, das geht ja auch schon in den Mikrobereich. Ja, die sind kleiner als in Millimeter. Ja, ja. Man sieht richtig die leuchtenden Augen. Boah. Siehst du wie die fressen auch? Oder so? Ja, die... Keine Ahnung, das kann ich nicht so genau sagen. Was ist ein? Ja. Ja, das kann ich nicht noch eingeschrieben. Ja, das kann ich wieder. Missbrauch und wie zum improvieren. Jetzt kann ich dasаю zum Schluss nicht mehr. Ich kann es nur, immer wieder auf zum Schluss verarbeiten. Und jetzt habe ich jetzt noch mit der Flasen. Bis zum Schluss. Ich muss noch mit dem Improchen. Was ist jeder für das, was wir hier in.